Ah ja, der Paladun. Naja, Level 1 Paladin, also erwarte nicht so viel. Achso, das ist Level, achso. Du hast nicht was gesagt, dann hätte ich auch irgendwas mit Level 1 genommen. Warum? Ach, nur so. Chance gleich halt. Alles klar bei dir? Ja. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Meine Kerze. So, nicht nehmen Kerze. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Ah, war mir klar. Jetzt war mir klar, dass der alles da auf den Haut ist. Oh Mann. Ach, doof gelaufen, ne? Jupp. Ich wollte jetzt eigentlich vier Schaden rein drücken und nicht nur drei. Naja, was du willst? Ja, shit happens. Lass dich im Herzen sprechen. Ja, du musst mal Rüst hier. Absolut, ja. Alles klar. Job dann. Mehr Schmerzen. Ach, egal. Zieh halt ne Karte. Achso, ich zieh ja auch ne Karte, wenn ich das ausspüle. Ich vergaß. Das ist kein gültiges Ziel. Hm. Legt euch nicht mit Zahne an. Legt euch nicht mit Zahne an. Ja. Ja, alles klar. Mehr Schmerzen. Job dann. Ja, jetzt sieht's eigentlich wohl dabei böse für mich aus. Na klar. Ist doch nicht wahr. Zu geil. Hast du den Arzt gerufen? Ja, was? Jo. Jo. Ah. Wir haben keine weiteren Fragen, euer Ehren. Zu übel, ey. Ich habe ja Glück, dass der kein Windzorn drauf hat. Ja. Dann wär's das jetzt schon. Ja. Wieso hast du jetzt einen Schaden bekommen? Keine Ahnung. Wieso? Wieso? Ja. Da komm ich nicht mit auch meine... Ach gut, Level 3, Anduin nämlich. Uta! Uta! Die absolute Pro-Karte. Eigentlich kann nichts damit anfangen. Ich habe nicht genug Mana. Du mit dem Schwein. Das ist so... Ich habe ehrlich gesagt, das Schwein noch nie in meinem Deck drinne gehabt. Oh nein. Oh nein. Keine Geheimnisse. Hate it. Hate it. Oh nein. Aha. Also, das war's schonmal nicht. Dann ist es entweder ein, wenn ich Kreatur ausspiele, Geheimnis, oder ich greife an Geheimnis. Ich zaubergeheimnis war's schonmal nicht, ah. Hey! Das ist saugeil. Entschuldigung. Zu schön. Dieses blöde Vieh. Aber er ist ja nicht umsonst verrückter Bomber. Ja. Aham. Ja, alles klar! Aha! Eine Backe. Ne. Ach, Mist. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ah, ich doch. Ja, ich tu Buße. Zum Glück hab ich den ausgespielt. Nichts leichter als das, sprach Dicotty zu Frederic und sie ging nach Hause. So, ich bin da. Das passt schon. Jetzt muss ich nur noch Glück haben im nächsten Zug. Oh, das ist schon Glück. Das Verschwörungsportal ist geöffnet. Melde mich zum Dienst. Joke Gun. Aua. Nein, das bringt mir doch gar nichts. Ich bin doch. Ich bin ein Morgenmuffel. Alter Vater. Nicht schlecht. Weiß ich nicht, warum schwebt die Karte? Achso nein, ich bin doch schon tot. Nö, noch nicht. Nö, noch nicht. Wie ich dich hasse. Wie ich dich hasse. Wie ich dich hasse. Soll ich? Wie ich dich hasse. Alter Falter. Hätte ich jetzt diese zweite Verdopplung nicht bekommen. Da hätt ich verloren gehabt. 28 Angriff. Kann nicht sein. Oh, das Ding ist ja echt in bar. Oh, schönes Ding. So ein geiles Ding, echt. Aber ich habe echt gedacht, dass du den weg machst. Du, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du jetzt zwei von den Karten auf der Hand hast. Ja, gut. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich habe halt gedacht, einmal eine Verdoppelung, weißt du. Und das war's. Das hätt ich locker ausgehalten. Ja. Und dann kommt dann noch dazu, dass du ja mit dem großen, dicken, fetten ja dann auch gestorben wärst. Ja. Oder hat's, nee, du hattest noch Gottes Schild drauf. Oder? Nee. Nee, das hattest du ja runtergenommen. Oh, krass, ey. Der absolute Hammer. Ja, definitiv. Und ich hatte noch den Imbar Brunnen. Oh, oh. Den hätte ich auch noch ausspielen können. Aber damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ach, ich auch nicht. Positioniere Helden. Wischeladen-Tick-Up. Guter gegen Anduin. Ach, schau an. Nee, der hat alles gar nicht so gemacht. Das geht jetzt immer noch mal. So, so. Das Ding war echt. Ja, sieht gar nicht so schlecht. Also, oh, gut. Das weiß man am Anfang nie. Ja. Ja. Ja, man soll nicht den Tag oder jedes Tagesabends loben oder so an der Art. Ja, genau. Ich hab dich auch... Ja, man sollte Tag nicht vor den Hand loben jetzt. Meldung zum Dienst. Zu Dienst. Gibt's auch nur Kanonenfutter, ne? Rekrut der silbernen Hand 1-1, Hura Hm Ist jemand verletzt? Ach, ich hab doch die Mana-Karte Oh Gott Zu spät Zu spät, zu spät Zu spät, zu spät Ach, hier, guck an Melde mich zum Dienst 28, ey Oh Mann Als hätte er echt mit allem gerechnet Aber nie im Leben damit Ja, so ein 14er, weißt du, okay Das knallt auch schon gut rein Aber dann nochmal verdoppeln, das ist ganz böse Definitiv Oh Mann Oh Mann Melde mich zum Dienst Ist das natürlich Das ist gut In den Kraft Oh Gott Ich habe mich da Tinkt mit mir du magst die klerikerin ja jetzt musst du mir wahrscheinlich vorsichtig gemacht ist jemand verletzt wo ist man das jetzt du kannst gerne garten mitziehen warum kann ich keine kochen erziehen deiner hand ist zu voll sagte der gerade auch deswegen ist sie kaputt gegangen im namen des lichts ach verdammt ein ganzes nur zehn stück auf der hand haben ja super toll jetzt wissen wir das auch oder wie heute karten müssen das ja jetzt wissen wir das auch weil ich würde gerne wissen welche karte das kopf war das ist ja auch durfte von 10 auf die hand nehmen kann also wenn ich ja mal kreist und und pöser puppeltuch meine kleriker die lässt du jetzt nur weil ich habe schon eine volle hand genau das der wägen nein Nein! Nein! Da muss doch jetzt was loswerden. Naja, ich hab dich auch gern. So, kann ich gar nicht davon, da ich sowieso voll ist oder eher überfüllt. Also das ist mir diesmal sowas von Peng. Aber den lass ich nicht schon wieder nehmen. Oh oh. Ich ahne nichts Gutes. Also das war mir grad eben schon zu heikel. Mit 28 Angriff, das war nicht normal. Ach nö. Aber guck mal. Jetzt hab ich nur 1-1 hochgelaufen. Ne? Ich hab mir schon gedacht, dass du jetzt das Geheimnis drauf hast, dass das Leben auf 1-1 gesetzt wird. Du konntest mir irgendwie denken. Aber, mein Gott. Naja, nun... Ist ja auch nur ein Spiel, ne? Genau. Das war ein Schlechtes. Ja. Oh man. Ach ne, das weiß ich nicht. Das war ein schlechter. Ja. Oh man. Aber meine Rache wird fürchterlich sein. Aber bedenken. Ach Rache ist nicht eingetroffen. Ah, okay. Das ist jenes Geheimnis. Egal. Ich zieh trotzdem meine Karte. Ah. 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 Melde mich zum Dienst. Ah. Ah. Jetzt kommt er noch Gottes Schuld drauf, wa? Nee. Nöhm. kurs der tätige als man nicht erwartet war ich bin damit gegeben hat damit dem man nichts antun kannst ja klar wieso ich kann mit dem sowieso nicht angreifen weil er macht zufällig acht jahren auf irgend ein das reicht mir schon ich kann das mann schmecken ich bin ein meister der märkig schmeiß mal mit karten um dich du ich hab's ja ne ach Gott sei Dank Gott sei Dank vor allem wenn du die halt hier leben wohnen kannst der kann ja nicht angreifen ich glaub da mag sie dir auch schon einen ab genau na jo na jo na ja wieso hast du jetzt nichts gemacht bin doch nicht dumm ich hätte mich daran greifen können nö womit denn wir müssen den 2-2-Rekrut ne ich hab die doch alle rausgelegt achso der Rekrut oder auch ok ach stimmt oh noch mal Cow nicht aber nicht so ich bin und ich bin oben nicht aber ich bin Farb ich bin mal es nur Ja ja, ist recht. Na, Raggi, wo geht's denn hin, die Reise? Jump down. Wieder nicht zu dir. Na Gott sei Dank. Ja. Mensch, da habe ich schon mal, weißt du, so einen kleinen Turm dort stehen und der macht keinen Schaden in mir wahren, Leute. Aua. Gleich zwei auf dich, oder? Also es ist eben halt, ne? Ja, ja. Die Auswahl war ja eigentlich groß. Allerdings. Mit einem hätte ich mich ja noch zufrieden gegeben, aber direkt mit zwei Treffern war ja mal wieder typisch. Ja. So. Ich frage mich, ob... Ich frage mich, ob... Okay. Ich habe mal wieder keine Karten. Und du wertest deine Karten am laufenden Band auf. Aua. Das war jetzt klar. Ja, jetzt hat es ja keine Karten mehr da, ne? Nein. Sei froh, dass ich halt den Schaden nicht aufgeregte, sondern nur das Leben. Naja, ich habe dich ja auch gern. Ja, du kannst ja nicht, ich meinst du. Achtung. Jetzt komme ich mal Karte. Ich hasse es. Oh mein Gott. Wieso hat die nicht geheilt? Ach nee, am Anfang meines Zuges. Melde mich zum Ding. Dann drücke ich hier, dann bis jetzt... Okay. Nö, das war es. Schade. Aber das Gemeine ist, dass ich dich davon abhalten kann, mich zu vernichten. Ja, das war es. Ja, das war es. Ich hätte einfach nur den Zugfeld gelegt, sondern hätte Ragi das nicht geschossen. Anni, du hast es ja draußen. Ja, 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 ja. Das ist... Sag mal, hätte ich jetzt bei Ragi wahrscheinlich nicht die 16 live drauf gehauen, hättest du denen wahrscheinlich doch mal irgendwie... Ich hätte es... Komm, du was wolle platt gemacht, ne? Ich hätte es versucht, ja klar. Waren das jetzt schon zwei? Waren das drei Spiele jetzt? Äh, weiß ich nicht. Ich mache halt einen Break. Ich mache einfach mal einen Break, genau. Ja.